Kathi Hummels, Aufruf. Frauen unter 24 sich bei Ex-Matz bewerben. Die Welt muss sehen, dass du Geburtstag hast, sagt Kathi Hummels, 34, in ihrer Instagram-Story. Während sie Ex-Matz Hummels, 34, findet, der das Ganze aber nicht wirklich lustig findet. Mit vollem Mund murmelt er, dich interessiert das auch gar nicht, dass ich mich nicht auf Social Media sehen möchte. Anführungszeichen. Dann kommt noch eine überraschende Aufforderung von seiner einstigen Liebe, die ihm scherzhaft zum 24. Geburtstag gratuliert, an et außenrist, Mats Instagram-Account-Name, anmd rät. Komma, sollten sich Frauen bewerben, bitte unter 24. Darüber muss der Profi-Fußballer dann aber doch lachen. Eine Anspielung auf Mats Liebeleien mit jüngeren Frauen? Gut möglich. Hummels stand mehrfach wegen jüngerer Damen in den Schlagzeilen. Etwa aufgrund seines Treffens mit Celine Bietmann, 24, GNTM-Gewinnerin von 2017. Während Kathi und er noch offiziell zusammen waren. Da beweist das Ex-Paar aber eine gehörige Portion Humor. Um sich derart gemeinsam darüber amüsieren zu können. Kathi Hummels, 34, hat offenbar in alten Fotokisten gestöbert und ist auf echte Schätze gestoßen. Auf Instagram lüftet die Influencerin ein kleines Geheimnis und zeigt ihrer Community-Bilder von sich als Mini-Kathi. Da muss man wirklich zweimal hinschauen, um die Ex von Mats Hummels zu erkennen. Mit hellblonden Haaren und Zöpfchen auf dem Kopf schaut klein Kathi auf dem ersten Schnappschuss etwas bocklos in die Kamera. Auch auf dem zweiten Bild, das sie mit pinkfarbenen Strähnen abbildet, wirkt Kathi nicht wirklich happy. Fans sind allerdings gar nicht so beeindruckt von den Kinderaufnahmen. Die meisten von ihnen haben nur eine Frage, wo ist Hund Moni? Hallo Kathi. Wie geht es unserer lieben Moni, will eine Userin wissen. Eine andere Followerin wirkt besorgt. Irgendwie bekommt man keine Antwort, wo ist Moni eigentlich? Eine Antwort bleibt Kathi ihren Fans wohl schuldig. Im Dezember 2017 wurden Influencerin Hanna Weig, 26, und GZSZ-Darsteller Jören Schlöhnfugt. 36, Eltern einer Tochter inzwischen gehen die zwei getrennte Wege, dass zwischen Jören und Hanna kein böses Blut fließt. Betonte der 36-Jährige aber gegenüber Bild, um Missverständnissen vorzubeugen, Wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß. Stellte der Schauspieler klar. An erster Stelle kommt für Jören seine kleine Prinzessin Delia. Das kleine Mädchen feierte kürzlich seinen fünfter Geburtstag. Ihr stolzer Papa nimmt dieses Jubiläum zum Anlass. Um seinem Spross eine rührende Videoerklärung zu machen, herzlichen Glückwunsch. Liebe meines Lebens, schrieb er und gab zahlreiche In-Time-Einblicke in seinen Alltag mit Delia. Das zuckersüße Video zeigt Ausschnitte aus den letzten fünf Jahren seiner Tochter. Unter dem Instagram-Clip freuen sich die Follower, innen mit dem stolzen Papa und richten Delia ihre Glückwünsche aus. Joel Beckenbauer, 22, Sohn von Fußball-Legende Franz Beckenbauer, 77, hat allen Grund zum Strahlen, seit mehreren Jahren ist er glücklich mit Freundin Jessica Lieret. Vor kurzem feierten die beiden auch auf Instagram mit einem Pärchenfoto ihre Liebe. Joel Beckenbauer genießt sein Liebesglück in vollen Zügen. Das passt mit uns. Jessica strahlt diese Ruhe aus. Stundenlang könnte ich einfach da sitzen und mich neben ihr wohlfühlen, schwärmt er gegenüber Bunte. Und sogar von Hochzeit ist schon die Rede. Wenn wir weiterhin zusammenbleiben, was ich natürlich hoffe, dann wird es darauf hinauslaufen. Erklärt der jüngste Sohn von Franz Beckenbauer. Unter Druck setzen will sich das Paar aber nicht. Und auch Jessica ist momentan sehr glücklich mit dem BWL-Studenten. Wir brauchen jetzt keinen Ring am Finger für den Beweis unserer Liebe. Ich find's super, wie es gerade ist, fasst sie zusammen. Jatz Agassi, 19, Tochter der Tennis-Legenden Steffi Graf, 53, und André Agassi, 52, zeigt sich ganz verkuschelt mit ihrem Hund auf Instagram. Kein Wunder, denn der Anlass ist ein besonderer. Die silbergraue Doge hat Geburtstag. Zu einem liebevollen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story schreibt Jatz, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Seelenverwandter und wünscht ihrem haarigen Freund mit einer weiteren Aufnahme. In der sie ihrem Vierbeiner tief in die Augen schaut, alles Liebe. Manche Wunden heilen nie, aber man lernt, mit ihnen zu leben. Vor fünf Jahren hat Esther Schweins 52, ihren Lebensgefährten Lorenzo Mayul Quetlas verloren. Er starb im Alter von 53 Jahren an Krebs. Dem Zeitmagazin sagte die Schauspielerin, tatsächlich war ich nach dem Tod meines Mannes zum ersten Mal in meinem Leben gottlos. Anführungszeichen. Der Malorquiner und Biobauer ist der Vater ihrer beiden Kinder Mina und Paul. Das Leben geht weiter, es muss, gerade mit Kindern, fasste die Auswanderin die Situation nach dem Schicksalsschlag zusammen. Im Interview mit Bunte spricht Esther Schweins nun erneut über die Trauer um ihren Lebensgefährten. Dass er nicht mehr da ist und die Kinder aufwachsen sieht, das ist ein Schicksal. Dass wir mit vielen anderen Familien teilen, so der Fernsehstar dennoch hat sich die Synchronsprecherin nie unterkriegen lassen. Heute kann ich sagen, dass diese Schwellenerfahrung, die große Trauer, uns aber auch stark gemacht hat und wir es geschafft haben, ein Leben voller Liebe und Freude zu führen. Es war eine große Gnade, dass wir noch Zeit miteinander verbringen konnten, in dem Wissen, dass diese Zeit endet. Anführungszeichen. Stefania Heidemanns, 43, die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen, 68, musste 2018 den Tod ihres geliebten Vaters verkraften. In einem emotionalen Beitrag, den sie auf Instagram mit ihren 22,800 Abonnenten, innen auf der Social Media Plattform teilt, gedenkt die Tänzerin ihres Vaters. Zu mehreren Fotos, die sie unter anderem als Kind zeigen, schreibt sie, du hast meine Hand gehalten. Als ich klein war, du hast mich gefangen, wenn ich fiel. Du bist der Held meiner Kindheit und auch Jahre später. Die Kindheitserinnerungen kommen bei ihr hoch. Weiter schreibt die Dreifachmutter, ich werde niemals unseren ersten Schnee in Deutschland vergessen. Es war ein magisches Ereignis und jedes Mal, wenn ich an dich denke, füllt sich mein Herz mit Stolz und Freude. Ich werde dich immer vermissen Papa, ich weiß, dass du an meiner Seite bist. Viele ihrer Follower, innen drücken ihr Mitgefühl in Form von warmen Worten und zahlreichen Herzen aus. Kürzlich stand Profi-Fußballer Joshua Kimmich, 27, noch für die Nationalelf bei der Weltmeisterschaft auf dem Platz. Nun hat er wieder viel Zeit für seine Familie. Nur selten gewährt der FC Bayern München Stareinblicke in sein Privatleben. Seinen letzten Schnappschuss abseits des Rasens teilte er vor knapp zehn Monaten auf Instagram. Da zeigte er sich in seiner Freizeit auf dem Rad. Jetzt überrascht er mit einer noch persönlicheren Aufnahme, der defensive Mittelfeldspieler zeigt sich verliebt mit Ehefrau Lina. Der er dieses Jahr das Ja-Wort gab. Wenige Wochen zuvor freuten sich beide über Baby Nummer drei. Jetzt genießen die Eltern wenige Momente der Zweisamkeit, zwar verschwommen, aber dafür umso glücklicher. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dieses Sprichwort wird auch Franka Lefeld. 33, geläufig sein seit ihrer Kindheit ist die Frau von Bundesfinanzminister Christian Lindner. 43, eine passionierte Reiterin. Ursprünglich wollte die gebürtige Hamburgerin Profi-Reiterin werden. Absolvierte dann aber auf Wunsch ihrer Eltern ein Studium. Ihre Leidenschaft ist geblieben. Und so verbringt Franka Lefeld ihre Freizeit am liebsten im Stall. Jetzt hat die Journalistin einen ganz besonders süßen Grund, bei ihren Lieblingen zu sein, die 33-Jährige hat ihr eigenes Pferd. Neues Familienmitglied, schreibt sie stolz zu den Aufnahmen, die sie mit ihrem Neuzugang Fritzi zeigen. Wie es dazu kam, schildert Franka Lefeld auf Instagram, eigentlich war ich für ein Reporter-Training in NRW. Aber dann stand da plötzlich Fritzi mit seinen großen Augen. Vor 15 Jahren habe ich mein Pferd verkauft, Abitur. Studium und Berufsleben gingen erstmal vor. Seitdem sage ich immer, eines Tages werde ich wieder reiten, sie erklärt, Fritzi war das Zeichen, irgendwann ist jetzt. Haben Sie die Pro-Verpasst? Hier finden Sie die Pro-Verpasst der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bunte, Zeitmagazin, Bild.